Hi, Vera hier, euer Mindset Coach. Ich liebe es, von euch zu hören und mich mit euch auszutauschen. In letzter Zeit habe ich häufiger aus der Farbpracht-Community die Frage gestellt bekommen, Vera, sag mal, welche Bücher liest du eigentlich, um dich fortzubilden? Da dachte ich mir, wieso stelle ich nicht einfach eine Buchempfehlungsliste zum Sofort-Download zur Verfügung? Tja, gesagt, getan. Ich habe es gemacht. Hier findet ihr auf dieser Seite den Link für meine Buchempfehlungsliste. Übrigens, diese Liste wird fortlaufend von mir aktualisiert, denn ich bin ein riesen Anhänger von lebenslangem Lernen. Das heißt, ich kaufe mir selber regelmäßig neue Bücher dazu. Ganz einfach, ich habe es so easy wie möglich für euch gemacht. Wenn ihr in die Liste reingeht, könnt ihr einen der Links auswählen und dann landet ihr direkt auf der Bestellseite. Und noch ein kleiner Tipp von mir. Auf der Seite medimops.de gibt es gebrauchte Bücher zu einem echt guten Preis und in einem Top-Zustand. Also ich liebe die Seite. Ich nutze die wirklich häufig, wirklich regelmäßig. Also viel Spaß. Geht einfach auf den Link, ladet euch die Buchempfehlungsliste runter und sagt mir vielleicht mal, ob das ein oder andere euch gut gefallen hat. Und übrigens, wenn ihr vielleicht auch einen guten Tipp für mich habt, dann schreibt mir doch einfach unten auf dieser Seite in die Kommentare eure Buchempfehlungen. Idealerweise zum Thema Mindset. Und wer weiß, vielleicht landet auch euer Tipp bei mir mit in der Liste. Also vergesst nicht, die Liste runterzuladen und mir vielleicht auch ein kleines Feedback zu geben. Ich freue mich wieder von euch zu hören. Das liebe ich nämlich wirklich. Also macht's gut. Eure Vera. Ich freue mich wieder von euch.